Also, ich bin Anna-Pramina Meissner, Kreativdirektorin und so weiter bei Überground. Und mache hier alles, zumindest alles, was mit kreativen Strategien, Konzepten, Ideen und so weiter zu tun hat. Was ich meistens nicht mache, ist meine Stunden schreiben. Sorry, Heike, Ruth, Kim. Ich bin da nicht besonders stolz drauf. Worauf ich aber stolz bin, ist, dass mir oder uns meistens gelingt, alles, was wir tun, mit einem gewissen Anspruch zu tun und dass ich mir nie sage, hey, Hauptsache, funktioniert da draußen. Denn wir verkaufen ja nicht nur Produkte, sondern auch Geschichten und Haltungen. Und was wir machen, ist eigentlich um Liebe werben. Das ist viel mehr, als über Funktionalität nachzudenken. Und deswegen beschäftigen wir uns auch in erster Linie mit Menschen. Und wie man sie rumkriegt. Was wiederum bedeutet, dass ich ganz oft nicht das Rationale und das vermeintlich Richtige tun muss, sondern genau das Gegenteil. Und das ist toll. Das ist meistens auch immer so ein bisschen hebelig und irgendwie auch so ein bisschen Forever 21. Aber das finde ich inspirierend. Und so sind eigentlich auch die Leute um mich herum. Also nicht Forever 21, aber inspirierend. Und das mag ich am Job und an der Branche. Und ehrlich gesagt, vor allem, das hätte ich auch vielleicht gar nicht unterkommen können. Außer vielleicht in der Gastronomie. Das mache ich auch noch, aber das ist eine andere Geschichte. Und das würde jetzt auch vielleicht ein bisschen zu weit führen. Und wenn ihr mehr über Werbung oder Gastronomie wissen wollt, schreibt mir eine E-Mail.